Ähm, wir machen gefährliche Pfade, klingt cool. Wohin geht es hier lang? Wir führen zuerst aber noch mit Drogenraziator. Uh, Schanze, okay, überredet. Rückwärtsfahren mit diesem Auto ist schwierig. Entschuldigung, Jumita, das wollte ich wirklich nicht. Wir holen richtig fett Anlauf. Ungefährliche Pfade ist es, ist, äh, ist es Rennen. Zuerst rase ich aber noch diesen Straßenklack und mache einen riesen Jump, hoffentlich. Yippie yippie, schweine Backe. Hihaha! Also wenn das mal nicht cool war, wieso rupt dieses Auto, obwohl keiner drin sitzt? Mh, na, egal. Wir gehen zu Unkel Po. Ausatmen, wir gehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, kriminell wieder unterwegs hier. Oh, echt kriminell. Tut mir leid. Sorry. Wei, Sie kommen mit mir. Sie sehen, dass Sie mit Uncle Po treffen können. Die resten, hier warten Sie. Sie können nichts tun, bis Sie hören können. Was ist passiert? Sie bleiben hier, wie ich gesagt habe. Und Sie verletzten Sie den Schein! Entschuldigung? Ja, Boss. Natürlich. Gut. Let's go. Ich bin überrascht. Ja. Du hast die falschen Leute geklappt, Waves. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht, Uncle Po. Und wenn das nicht, ist es nicht fair. Schau mal, was ich gebaut? Die Night Market. All of Mill Point, wirklich. Die Dall Guys sind gut. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Das ist das, was du gemacht hast. Du kannst nicht zurückkommen. Du und ihn haben Geschichte. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Ja. Alles, alles, was mir passiert. Wir sind unsere Leute, okay? Wir sind eine Familie. Die Familie muss sich zusammenhalten. Konroy und Konroy sind gute Leute, aber sie werden nicht sein. Ich weiß, Konroy gibt es dir scheiße, aber du hast dich jetzt. Und ich sehe ihn, ob er nicht will, will ich mich ein favoritzen. Ich habe Peggy und meine Mom, das kann sein, aber eine Sache, wir haben uns für uns, wir haben uns zusammen. Bruder, you know? Ich weiß, die Leute benutzen das Wort. Aber es bedeutet etwas für mich. Und es sollte für euch, nicht nur für uns, sondern wir sind. Wir sind wirklich, Bruder. Aber wir schauen uns nach uns. Und wir schauen uns nach den Menschen wir lieben. Okay, Winston. See what, told me he really works for Big Smiley, not Dog Eyes. I keep hearing his name. Big Smiley is back in Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, he's into prostitution. Poor. He even sells women across the border into the rest of Asia. The whole thing is run like an industry. Very sleazy, but big money. Winston, we can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. We won't have a lot of choice. It's the way it's done, Wei. Besides, you can't hide from Uncle Po. You want you dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid. You hear me? Okay. Hey. Who gives a shit? Fuck off, John. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. The Dog Eyes tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Uncle Po. Ah, Winston. Come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty. Discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Sioua was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Po, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest. Will you? Thank you Uncle. Winston, 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 relax. I know you were provoked. Hmm. Hmm. Hopefully he's survived, Winston. Hmm. Hopefully he's survived, Winston. Alright. I'll tell you what. You get tired of spinning your wheels in the night market. Give me a call. There's more to this business than strong army streetbenders. Ricky. Your name is Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it and I'll get back to you. I'll get back to you. I'll take the car across the street. Give you a chance to see what it's like to be in the big time. Okay. With Roland on the climb. Woah, woah, woah. That's a good one. Winston is calling. You alright? Uh-huh. It's gonna be okay. There's gonna be work to do. A lot of work. Stay ready. Always in. Look, in the meantime, I'm getting swamped with this wedding crowd. I may need your help on a couple of things. Yeah? Yeah. I tell you, it's easier to be a Red Pole than a crew. I'll stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Hey, Roland Ho? Who's asking? My name's Wei Shen. Ah, Wei. You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you. Always looking for a fight. Ready to kill anyone who so much as look at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad. Unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, uh, when can we get to work? Okay, big man. Mo Tai Lei Ding Zhou. Petsi Wing. Bad luck at Mahjong. You'll need this. Collect what she owes. Okay, we have got a big bite. I like the shots, honestly. I don't like that. I'd rather take over the house. But... I can only throw me in a place. I can protect myself from here. I'll actually throw me with the damage. Let me throw me away from here. I'll throw her in the pit. I'm not throw me away from here. I'll throw her away from here. I'll throw her hard to throw her in the jungle. Uh... Oh, oh. Wait. Hey, Jackie. Oh, just checking in, man. I heard things were kind of intense. I wanted to make sure you're still with us, you know. Uncle Po seems to have a handle on who's causing trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. You're gonna pay up, you understand? I love the glass! Shit, that's a lot of muscle. Let's turn Patsy's guide. Okay. Okay. Kann ich auch. Halt sie allein. Ja, genau. Das wollte ich wissen. Schönes Ding! Und ich habe ja Glück für's. Wow, wow, da geht Thank Nation wieder. Ah, Mist. Solche leere Straßen gibt es. Wahrscheinlich schon nicht gerade. Ich fahr hier aber rein direkt zusammen. Was muss ich denn ihnen einfach folgen oder sie kaputt machen? Ich werde auf die Reifen schießen. Oder den Typen der Pferd erschießen. Oh, komm schon, you man. Endlich. Zu Patsy in das Auto steigen. Na toll, wie das voll zerschossene Auto da. Hm. 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 Woah. Ich war nicht so schlecht. Oh ja. Ja, mach ich. Hm. 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 Ah, ich fahre auch echt miserabel. Okay, wir sind gleich da. Wir liefen die Drogen ab. Ein Hühner lässt er noch kurz überholen und schon werden wir hier. Mehr oder weniger. Wir haben 2.500 Dollar, sicheres Haus in Central. Ja, wir haben ein neues Haus, juhu! Wir haben Roland kennengelernt und den Bericht von David Wallin, Onkel Po. Gut, finde ich schön.